Wow, 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 jetzt, jetzt. Alter, die Airplanes haben Kanonen. Echt? Ja. Okay. Okay, genau, ja. Es war zu viel für dich, ja? Es war zu viel. Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Heute, oh, pass auf, weißt du, wo das rote Haus normalerweise steht? In den Ruinen steht einer, und hinter dem Krankenhausdach, weil er sich gegenseitig ab. Okay, ähm, ja. Oh Gott. Komm schnell in die Schule rein. Okay, die Ruinen, was meinst du? Einmal gegenüber von der Schule, da sind die Ruinen von dem Roten Haus, da war einer. Den hat aber, glaub ich, der Typ am Krankenhaus getötet. Okay. Ähm, ja, wir spielen hier auf einem, wie nennt man das, PvP-Server? Mhm, ja. Das bin ich. Und, ähm, wieso, da geht's nicht. Ah, scheiße, Alter. Ey, irgendwas hab ich grad erwischt. Ja, also. Pass auf, der hat noch eine. Da sind diese, ähm, Granite-Blauen-Check-Grenaten. Mhm. Ich glaub, wir müssen hier ganz schnell weg. Lass, oh Gott, der schießt nur einmal. Lass jetzt ganz schnell, solange der nachgeht, einfach hinten rausrennen aus der Schule. Ich weiß grad nicht, welches hinten du meinst, aber ja. Ah, hier, okay, okay. Dann laufen wir einfach weg. Hm. Weil die spawnen hier alle mit Granite-Launcher und allem. Das ist sozusagen ein PvP-Server. Man spawnt voll-equipped, mit Essen, mit Trinken, mit Waffen. Äh, auf diesem Server sogar mit nem Skin und diesem Granite-Launcher, inklusive zwei Schüssen. Ja. Ne AK. Weiß nicht, was das für ne AK ist. Auf jeden Fall hat die ein Red Dot-Visier. Oh. Sollen wir mal hier gucken, ob man die beste Gewürfe finden. Naja. Ich glaub, nur auf dem Sniper-Werk ist irgendwo eine. Ja, lad erst mal nach, genau, bewegt dich nicht, hast recht, genau. Hallo, Spiel. So. Das machen die Kästen. Ja. Gönn dir, gönn dir. Oh, jetzt hab ich geschossen. Okay, auf uns verraten. Das war... Ähm, wieso spielen wir hier? Weil der Mokka cool ist und... Ja, der ist richtig cool. ...und sich von unserem Stammmuck selber... Grüner Rauch. Grüner Rauch. Ähm... Ja. Da ist einer drin, pscht. Gott. Ist mir umgefallen. Der hat sich glaub ich noch nicht gesehen. Von wo, von wo? Von der Tür? Von der roten? Oder wo? Ne, der war oben. Der war oben. Okay. Also, ich glaub ich, da ist halt die Krippe. Ich hab mehrmals erwischt. An sich müsste jetzt... Ja, er liegt. Okay. Genau. Mokka war so cool und er hat sich von unserem Stamm-Server... ...in Napf bundeln lassen für 6 Tage. Ja. Wieso? Jolo. Mokka hat sich so ein... ...auto gekauft, was ein Granatenwerfer hat. Und da dachte ich, äh... Schieße doch einfach mal in ne Safe Zone. War keine... ...gute Idee. Ja. War keine gute Idee. Genau. Und deswegen spielen wir halt heute mal Action. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir war jetzt lange genug Standalone. Und jetzt muss man wieder Action ran. Jetzt musst du wieder Action. Ja. Habt ihr dann viel erlebt in der Standalone? Ja. Oh, ich hab keine... Ach, verfickte Scheiße. Sag nicht, du bist tot. Sag nicht. Ich hör da Schüsse. Ich bin daneben angestaunt. Wenn er noch ein bisschen aushält, kann ich euch denken. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Boah. Weiß ich, ich geb zwei Schüsse auf den ab. Auf einmal. Dann merk ich, jo. Muss nachladen. Und der rennt halt direkt auf mich zu, weißt du. Und, äh... Der hat zum Glück... Danke, dass du da lagst. Der hat auf deine, äh... Leiche geschossen, weil er dachte, das wäre ich. Da konnte ich jetzt denken. Ja, das war alles... Das war alles geplant, also. Ja, logisch, logisch. Du kannst eigentlich schon, äh... Bei der Feuerwehr hinten mit rausgehen. Weil da stehe ich sogar schon. So gut wie... Also Richtung Straße. Mhm. Ich glaub auch nicht, dass sonst da jemand... Okay, ich hab geschossen. Du? Okay. Der muss irgendwo hier bei mir sein. Auf dem Sniperberg. Daher kam das. Ich kann aber da hingehen, vielleicht. Oh, ich seh den, ich seh den. Ich bin einmal getroffen. Der steht auf dem kleinen Sniperberg. Okay, ich seh dich rennen. Ich verbinde mich eben. Hast du auch schon gesehen, wo der herschießt? Nee, das nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich grad auch das draufstehe. Aufs richtige Ziel schießt. Ich glaube. Ja doch, tu ich. Du schießt. Nein, ich verblute. Ich hab noch 40. 10. Minus 18. Nein. Scheiße. Shit. Egal. Ich spawn einfach. Ganz schnell jeder neu. Ich weiß nicht, ob ich ihn hab. Einer ist noch gestorben auf jeden Fall. Ja, voll im Busch rein mit der Granate. Ach, da oben rennt er auf dem Berg. Okay. Nein, da fliegt sie so. Das ist natürlich das Problem. Die Leute spawnen neu. Und schießen sofort einen an. In Kamenka bin ich das im Auge. Oh nein. Ich hab grad gesehen, dass hier so knapp 20 Leute spielen. Echt? Bisschen mehr, glaub ich. Oh ja. Okay. Ja. Warte, einen würde ich nur snacken. 30 Leute. Wo schießt der Wichser auf mich? Ach, da oben. Okay. Ersten mal nach Roger. Du Wichser. Okay, warte, den will ich noch irgendwie kriegen? Ja natürlich. Ich mach das. Wahrscheinlich kriegt der eher mich, aber wir werden's sehen. Ich hab' ne Cologne. Von wo? Aber such schon mal den Server. Oder geh schon mal drauf. Ja, ja. Mach ich schon teenage Jahre Okay. Weil die Leute musst du mindestens wegholen. Ey, wo? Wo ist der Wichsen? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Alter, das kann doch nicht sein, den ich sehe. Ah, ich weiß, wo er ist. Der ist so gut versteckt, ey. Das ist ein kleiner Kämpfer. Problem ist, ich bin so am wackeln hier. Schmerzen und alles. Ja komm, gib mir den Rest. Ah ne, da hinten ist er ok. Mhm, 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 mhm. Ich mach ihn fertig. IP hab ich ja geschickt. Wissen wir mal, ob der funktioniert. Ok, ich bin tot. Aber mindestens einmal hab ich ne Augen getroffen. Na gut, wir sehen uns dann gleich auf dem anderen Server. Und am Glücklichen. Ich bin in Solnitien gespawnt. Und vielleicht hab ich die Chance. Da gibt's ja diesen Steinbruch. Vielleicht ist da noch der Helikopter. Ich hab grad... Ne, der ist mir stehen mit dem ok. Ich hör hier auch Auto. Mindestens ein Auto. Ok, die muss ich aber echt oft geben, wenn hier gerade zwei schon vorbeigefahren sind. Ja, ja, also das ist ein Server mit über 1000... Ja, wo der das fährt. Ja, die stehen einfach am Strand. Da stehen 5 Autos oder so. 6, 7, 8. Ach, die stehen überall hier am Strand. Und YOLO. Ach so, ok. Ja, dann geh ich mal an den Strand, ne. Juhu. Alter, hier sind echt so viele Autos. Das erste Server, dem ich mal 1000 Autos glaube, ey. Oh ja, oh ja, da ist einer, da ist einer. Oh, tut mir leid, Junge. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Hat grad einer, weißt du, ganz viele Autos stehen da. Ja, ganz viele Autos stehen da. Und der ist grad auf ihn looten, kurz bevor ich auf ihn drauf fahre. Steht er kurz auf. Guckt zu mir. Tot. So, ich fahr jetzt gleich mal aufs Balota Airfield. Und guck mal, ob da irgendwie Heli steht. Kann denn nur gut werden. Ach, Server ist restarting now. Fick dich, Spiel. Ok, deswegen komm ich wahrscheinlich nicht tot. Hm, das kann gut sein. Ok. Ok, ok, ok. Receding. Ok, ich hab gespawned. In Electro. Ok, natürlich hab mein Auto jetzt wieder einen Platten. Äh, da steht aber zufällig in Oral. Ok, Elektro. Ja, dann kommen wir nach Balota. Oh, der schießt immer noch auf mich. Wieso schießt er denn auf mich? Ich hab dir doch nix getan. Echt, Mann. Das auf dem PvP-Survey. Das erwart man gar nicht. Friendly. Friendly. Wir haben echt alle einen Platten. Nee. Also, ich hätte eben einen ganzen SUV. Also. Da ist ein Udal, den nehm ich mir. Oh, hier starten ganz viele Heads. Alter, ich will auch. Lass mich rein. Ok, so. Oh Gott. Zweimal fährt jetzt ein Udal. Einmal meiner und einmal noch einer. Richtung Balota. Oh Gott. Ich will... Warte. Wir fahren jetzt einfach in einer Kolonne. Steht ein Little Bird. Na. Aber der eine Typ da. Nein. Typ, 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 Typ. Schieß in der Gauss. Warte. Ich fahre ihn einfach um. Tja. Ich kümmere ihn gar nicht, dass ich hinter dem hier fahre. Er ist tot. Wie er wegfliegt. Du hast ihn einfach umgefahren. Ja, ganz dreist. Gerade kurz vor dem Little Bird, weißt du, kick ich ihn so weg. Oh Gott. Ah. Schießt was. Ich bin kurz vor dem Little Bird weggebummt, Alter. Ok. Ok. Ich fliege. Ich fliege jetzt aber weg hier. Das Little Bird werde ich gerne rausgeschießen. Äh, geschossen. Ok. Oh mein Gott, hier sind zwei Doppeldecker. Warte, ich komm. Nein, 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 nein. Ja, ich... Boah, hier sind vier Stück. Das wird lustig. Das wird jetzt lustig. Wo bist du? Ähm. Oh mein Gott, hier sind zwei Hiis. Ich nehme die. Ok, wo bist du? Ähm, 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 ähm. Zwischen Elektro und Cerno. Ok. Oh Gott, nein, hier ist ein Spieler. Oh Gott. Nein. Geh weg von mir, geh weg von mir. So, einen hab ich getötet, einen hab ich getötet. Ich muss mir grad nochmal was beweisen hier. Wie lange kein Heli mehr geflogen? Na gut, das war einfach. Mein Heli nicht startet, aber ich werde hier von fünf Seiten beschossen. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Start schneller! Er schießt ungefähr vier, drei, vier, fünf Leute. Nein, 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 nein. Als, als Pilot einsteig. Jetzt sch... Oh Gott, ins ist kaputt, ich wurde angeschossen. Wo genau bist du? Blut weg. Ich fliege jetzt durch in Valota. Okay, dann sollten wir uns gleich sehen. Ähm. Ich muss aber vorher einmal auf den Berg von Elektrofliegen und da kurz Halt machen. Hm, da treffen wir uns. Ich blute nämlich in meinem Heli, aber auch noch 6.000 Blut also. Oh Gott, die sind auch auf dem Berg. Oh, vier, fünf Leute auf dem Berg. Mein Heli, mein Heli. Mein Heli ist ausgegangen, mein Heli ist ausgegangen. Aber ich kann auch ihn checken, das kein Ding. Ich, ich bin so die Hälfte von dem Berg dort. Oh, da ist ein brennendes Auto. Ich kann nicht abheben, ich bin der Little Bird hier, wenn du einen siehst. Äh, das ist schlecht. Die campen mit dicken Maschinengewehren, mit 149 auf dem Berg. Ich bin nervig ein Autofahrer. Boah, ich hab' beschossen, tiefflug, tiefflug, tiefflug. Wow, 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 jetzt. Alter, die Airplanes haben Kanonen. Echt? Ja. Okay. Okay, her nachher. Ich, ich versuch noch schnell, ein Anleger des Flugzeugs. Also ich kann dich abholen irgendwie, ich bin hier immer noch... Ich will so ein Airplane halt. Ich bin auch unten, äh, unten am Berg. Ich bin unten am Berg. Oh, da startet jetzt ein Airplane nochmal. Okay, ähm, ich will auch so ein Airplane, Alter, wie geil ist das mit Kanonen? Hast du? Nein, hab' ich nicht, aber... Du willst? Ich will so eines, ja. Ähm, 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 ähm. Ja, ja, ich bin, ich bin unter dir, ich bin jetzt unter dir. Einfach dann eben. Genau, genau, ich lauf' auf dich zu, das bin ich hier. Ah ja, halt. Okay, ganz schnell jetzt. Ähm... Ja, ich will... Ja, ja, ich weiß nicht, ich bremst doch. Okay, los, was ist? Okay, okay, kannst losliegen. Pass auf, genau hier über uns auf dem Berg. Mhm. Da waren zwei, drei Leute, die mitten... Da steht, da steht ne, da steht ne Airplane. Ja, aber die, die campen hier mit vier, fünf Leuten. Das ist es verschmerzt, nein, ich programma. Aber die anderen, ohhhh. Jui jui jui. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, äääääähää, ich mach' hier schon was, ich mach' hier schon was. Oh, gut. Ne, geht. Okay. Wir haben auf jeden Fall Bloodpack, ich würde sagen, wir fliegen einfach vor und nehmen uns da Airplane zu. Ich hätte die stehen nicht nur hier. Okay. So warte, Bloodpacker... Ah, hab' ich sogar vorne, okay. Wir haben sogar Bier, drinnen. Erstmal ein Bier trinken. Ja, okay. Das muss ich natürlich vom Heli fliegen auch mal kurz machen. Sonst macht es ja keinen Spaß, ne? Bisschen Mut antrinken. Wie es echte Piloten so machen. Gut, wir haben so einen Vorbildsbonus hier. Okay. Hatte es mir ein Bier gegeben? Äh, ein Bloodpick? Ja, hatte ich. Weil das nicht durchgegangen ist. Dann mache ich einmal kurz Self-Bloodpick. Mhm. Nein, ich bin im Combat-Modus. Egal, machen wir nachher irgendwann. Okay. Na gut, Bier in Toast. Jetzt kann man auch richtig fliegen. Okay, wir haben, sehe ich gerade, Insta ist, äh, ATRQ ist orange. Aber das macht nichts. Ich kann ja fliegen, ne? Ich, ich, ich paddel mit der Hand so einfach. Genau, das, das gleicht das aus. Das gleicht das aus. Oder hast du nicht einen Ventilator oder so, den du dann raussetzt? Oh ja. Rechts zu uns, rechts zu uns. Wollen wir den Ram? Wir haben uns aber nicht gesehen. Das ist auch ein Little Bird. Wollen wir den Ram? Nee, komm, wir haben die Ram. Okay, ich mach dir nur Angst, ich mach dir nur Angst. Komm, hör ich aus, hör ich aus, hör ich aus. Boah! Die haben Kanonen? Ja. Die haben Raffe. Mhm. Machen die das? Ja, ja, keine Sorge. Aber wie machen die das? Haben die, normalerweise, die können da rausschießen. Wie geil ist das denn? Kann ich das auch heute ausschießen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das geht nur bei dem Schwarzen, weil der hat so Pads da. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das ist ja geil. Kann das ganz schnell wegfliegen? Boah, das... Ja, die haben uns als Ziel genommen. Ja, ich... Oh Gott. Wie groß Maul, ey. Flieg höher. Aber die haben ne dicke Gun, die haben ne dicke Gun. Ja, da sitzt einer mit Maschinengewehr oder so. An der Seitentür. Aber naja, gut. Aber keine Sorge, ich bin Stunt-Helikopterflieger. Das hab ich gesehen. Der Trick eben, der war schon außen. Ja. Das geht halt nur mit den Little Bird. Also an sich ist der cool, aber... Also Yui kann das auch halt nur ein bisschen höher. Muss er fliegen. Aber der ist halt so scheiß lahm. Wir können ja bei den Neuen einmal nach Bertensino fliegen oder zum Nord-Ost-Airfield. Mhm. Je nachdem, was näher ist. Ich setze aber mal einen Wegpunkt zum Nord-Ost-Airfield ungefähr. 6.000 Meter. 170, Alter. Das schafft mein Zwingo auch. Auf der Autobahn. Ja, die Little Bird sind irgendwie so die Zwingos der Luft. Finde ich. Aber die sind... Ich mag den. Das ist mein Lieblingshelikopter. Weil du kannst auch mitten in einem Wald landen. Ja, das stimmt, ja. Also praktisch sind sie auf jeden Fall. Hier unten sind wieder Fahrzeuge. Okay. Ein Flugzeug startet da. Ja, das startet da. Da steht sogar noch. Da stehen zwei... Oh, ganz viele Flugzeuge stehen. Da wollen wir uns die schnappen. Ja, ja, kommt. Einfach da. Oh, Helikopter auch. Oder Yui's. Oder Yui's. Was wollen wir? Was wollen wir? Hier stehen auf jeden Fall welche. Wir merken uns das mal und steigen aber... Flugzeug, 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 Flugzeug. Okay. Da startet gerade eins. Oh Gott. Da startet gerade ein Flugzeug. Okay, du eins, ich eins? Oder bei einem... Ja, ja, würde ich so reichen. Okay. Oh Gott. Da ist ein Himi sogar auch. Oh Gott, der macht einen Amoklauf. Fliko, oder? Nein, nein, der fliegt, der fliegt, der fliegt, der fliegt. Ganz nun, ganz nun. Aber der Yui über uns hat vielleicht ein Gunner. Alter, ich weiß nicht, Jui oder das Flugzeug. Wir könnten zum Flugzeug auch nochmal später kommen, ne? Ja, okay, dann lassen ihn Himi. Okay, okay. Alter. Ich hoffe, die haben genug Magazine da. Okay, wir machen es so. Oder den Little Bird. Ich weiß nicht. Steig schnell aus, starte den. Ich fliege wieder hoch und... Oder warte mal, warte mal. Wow, ich habe was gerade verkackt. Oh Gott. Ja. Kannst du mich schnell abholen? Das Problem ist, du hast mich gut erwischt und mein Helikopter und alle Helikopter in der Nähe kaputt gemacht. Äh, da stand nur einer bei, äh, bei dem Tankplatz da, bei dem Industriegebäude. Da steht nur einer hinter der Mauer. Ja gut, äh, ich hatte kurz die Aufnahme hier abgebrochen. Äh, Muka ist abgestürzt. Fassen wir es zusammen. Äh, wir sind jetzt beide wieder tot. Und spawnen neu. Ja, das war der erste Part von Daisy Action, beziehungsweise wir haben das halt in zwei Parts gesplittelt. Wir haben ein bisschen länger aufgenommen und nächsten, äh, Freitag geht es dann wieder weiter. Da geht es auch nochmal richtig zur Sache. Mit Muka da natürlich wieder. Ja, und ich muss irgendwie sagen, ähm, es war jetzt die Daisy Standalone Woche und ich muss wirklich sagen, mir hat das lange Schneiden oder das viele Schneiden wirklich gefehlt. Und die Musikhinterlegung und so und das hat, ich konnte mich wieder so richtig austoben mit Musik und Schneiden und ich glaube, ihr habt es gemerkt. Und hinterlasst mir doch mal in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Es war zwar jetzt kein Epoch, wie gesagt, Muka ist momentan gebannt, äh, wegen, ne, hat er erzählt. Und ja, keine Sorge, in demnächst geht es da auch weiter. Ähm, wir bauen dann auch wieder die Base und so weiter. Aber diese Actionfolgen finde ich halt wirklich cool, weil da einfach viel passiert und viel Action, wie der Name schon sagt. Und schreibt doch mal einfach in die Kommentare, wie es ihr gefunden habt, wie ihr das, ich finde, das hatte so den alten Flair der alten Videos, so mit viel Action, bumm und zack und so weiter. Na gut, schreibt es mal in die Kommentare und hinterlasst mir doch ein Like, wenn es euch gefallen hat oder hinterlasst mir ein Hashtag Daisy in den Kommentaren, um die Relevanz auf YouTube für dieses Video zu steigern. Das würde auf jeden Fall sehr helfen und ich würde sagen, haut rein, lass knacken und bis dahin, ciao!